Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Rote In diesem Jahr jährt sich der 70. Jahrestag der Arbeiterproteste in der DDR am 17. Juni 1953. Die bürgerliche Geschichtsschreibung und die bürgerlichen Massenmedien betreiben rund um die Ereignisse eine antikommunistische Geschichtsklitterung. So heißt es bei Wikipedia zum Beispiel und dem Bundesamt für politische Bildung, es habe ein, Zitat, antistalinistischer Aufstand gegen den brutal und rücksichtslos geführten Aufbau des Sozialismus stattgefunden. Tatsächlich richteten sich die Arbeiterproteste nicht gegen den Sozialismus, sondern gegen bürokratische Fehler, die sich gegen Prinzipien des Sozialismus verstießen. Der Westen nahm gezielt im Sinne des Antikommunismus Einfluss. Davon hast du nie etwas gehört? Kein Wunder, denn der Antikommunismus betreibt systematische Geschichtsklitterung. Was war also wirklich um den 17. Juni in der DDR? Wir freuen uns, Tassilo Tim, der Landesvorsitzenden der MAPD Thüringen, ins Studio begrüßen zu können, der uns die Einschätzung der MAPD erläutert. Tassilo, was war die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland? Nach dem Zweiten Weltkrieg entzog das Potsdamer Abkommen den deutschen Militarismus und Imperialismus die Grundlage. Es besiegelte die Zerschlagung des Faschismus und eröffnete dem deutschen Volk die Möglichkeit, ein freies, antifaschistisches, demokratisches und einheitliches Deutschland aufzubauen. Allerdings wurde das von den Westalliierten mit Riesenschritten unterbunden und die Errichtung eines westdeutschen Separatstaats vorangetrieben. Am 01.01.1947 trat ein Abkommen in Kraft zur Bildung einer britisch-amerikanischen B-Zone. Am 20. Juni 1948 fand die Währungsreform in den Westzonen statt. Und im Juli 1948 fand eine Konferenz von Ministerpräsidenten in den Westzonen statt, mit dem Ziel des Zusammenschlusses der Westzonen zu einem Teilstaat und der Ausarbeitung eines Grundgesetzes. Der damalige KPD-Vorsitzende Max Reimann hat die Einstellung der Arbeit an diesen westdeutschen Separatstaat und der Verfassung gefordert und stattdessen ein einheitliches Deutschland gefordert. Mit der Verabschiedung des Grundgesetzes am 8. Mai 1949 war dann allerdings die Gründung des westdeutschen Teilstaats besiegelt. Der KPD-Vortreter im Parlamentarischen Rat, Heinz Renner, der begründete die Ablehnung seiner Unterschrift darunter mit den Worten »Ich unterschreibe nicht die Spaltung Deutschlands«. Die Antwort auf die Spaltung Deutschlands durch die Westmächte war dann die Gründung der DDR am 7. Oktober 1949. Und wie war die Situation in der sowjetischen Besatzungszone? Folgt man dem offiziellen Geschichtsbild der BRD, so erfolgte der Aufbau in den Westzonen in Wohlstand, in Freiheit, während in der sowjetischen Besatzungszone eine düstere Diktatur erstarkte. Tatsächlich ging es der Regierung der UdSSR jedoch von dem berechtigten Interesse der Völker aus mit der Schaffung eines antifaschistischen, demokratischen Deutschlands und verlangte damit die Garantie, in Frieden leben zu können. Der renommierte Schriftsteller Stefan Heim, der auch den empfehlenswerten Roman »Fünf Tage im Juni« schrieb, der charakterisierte das neue Deutschland in der DDR folgendermaßen. Wir haben ihn in der Broschüre DDR aktuell eins auch zitiert. Die Macht war für den Narzissmus und den Kriegverantwortlichen entrissen. Der Großgrundbesitz war enteignet und unter den Kleinbauern und Landarbeitern aufgeteilt. Die Banken, Bergwerke, Großbetriebe gehörten den Kapitalisten nicht länger. Ja, so viel Stefan Heim. Bis 1948 wurde dann die Entnazifizierung weitgehend abgeschlossen und der gesamte Verwaltungsapparat, die Justiz, das Schulwesen, die Industrieverwaltung wurden rigoros von Mitgliedern der Nazipartei und den Herren der und ihren angegliederten Organisationen gesäubert. Insgesamt wurden etwa 520.000 Personen dadurch entlassen und soweit sie nicht in den Westen abwanderten, wurden sie einer Arbeit in der Industrie zugeführt. Welche wirtschaftliche Situation herrschte in der sowjetischen Besatzungszone? Nur etwa 30 Prozent des gesamten deutschen Industriepotenzials hatte in der sowjetischen Besatzungszone seinen Standort. Durch den Krieg waren etwa 45 Prozent davon zerstört. Die fortschrittlichen Kräfte in der DDR ließen sich davon aber nicht einschüchtern. Der erste Zwei-Jahres-Plan hatte ehrgeizige Ziele und forderte die Mobilisierung und die Initiative der Bevölkerung heraus. Mit Erfolg. Die Erhöhung der Produktion um 35 Prozent war das Ergebnis, die Steigerung der Arbeitsproduktivität um 30 Prozent und das Anwachsen der Gesamtlohnsumme um etwa 15 Prozent. Die Produktionsselbstkosten der volkseigenen Betriebe wurden um 7 Prozent gesenkt. Und gestützt auf die Aktivistenbewegung konnte auch ein wachsender Teil der Bevölkerung für die Ziele des Neuaufbaus gewonnen werden. Auch leitende Staatsfunktionäre in der Produktion, also die packten in der Produktion mit an. Und die Aktivistenbewegung, die kam richtig in den Schwung. Ende 1950 gab es ungefähr 115.000 Aktivisten im ganzen Land. 1952, drei Jahre nach der Gründung der DDR, beschloss die SED auf der zweiten Parteikonferenz vorzuschlagen, zum planmäßigen Aufbau des Sozialismus überzugehen. Wie reagierten die Massen darauf? Über den Beschluss gab es Begeisterung. Aber es wurden auch gravierende Fehler gemacht. Im ersten Fünfjahresplan wurden sehr hohe Zuwachsraten in der Produktion erzielt. Die Investitionen stiegen kontinuierlich an und der volkseigene Sektor wurde beständig ausgebaut. Die Erfolge des wirtschaftlichen Aufbaus waren nur möglich durch die Leistung der Aktivisten- und Wettbewerbsbewegung. Das sozialistische Bewusstsein, das war erst bei einer ganz kleinen Minderheit von Arbeitern vorhanden. Und die SED verstand es nicht, die positiven Ansätze von Initiativen zahlreicher Kollegen, die Norm überzuerfüllen in den Betrieben, das richtig weiterzuentwickeln. Zudem wurde auch die Grundstoff- und Schwerindustrie zu schnell und damit auf Kosten der Konsumgüterindustrie entwickelt. Die Versorgung der Bevölkerung war dadurch ungenügend. In der DDR hatte sich der kleinbürgerliche Bürokratismus schon frühzeitig in der Führungsspitze der SED entwickelt. Was zur Folge hatte, dass auch Misstrauen der Massen in diese bürokratisch-zentralistischen Führungsmethoden erzeugt wurden und dass auch dann immer mehr die geduldige Überzeugungsarbeit unterlassen wurde und damit der demokratische Zentralismus auch untergraben wurde. Grenzgängern, Selbstständigen oder Hausbesitzern wurden die Lebensmittelkarten entzogen. Hinzu kam dann, dass die Preiserhöhungen für Grundnahrungsmittel wie Zucker und Wurst dann eingeführt wurden. Und eine 10-prozentige Normerhöhung brachten dann 1953 das Fass endgültig zum Überlaufen. Das war also der Auslöser der Proteste. Ja, schon am 13. Mai hatten im Mannsfelder Kupferbergbau die Schlackesteinarbeiter gestreikt. Und das setzte sich dann fort und am 16. Juni demonstrierten dann zehntausende Arbeiter und erreichten auch die Rücknahme der Normerhöhung. Aber das war bereits zu spät. Die Proteste, die hatten dann schon überwiegend politischen Charakter angenommen. Am 17. Juni 1953 wurde dann in der ganzen DDR in insgesamt 72 Orten gestreikt von insgesamt 300.000 bis 400.000 Arbeiter, was insgesamt 7 Prozent aller Werktätigen der DDR ausmacht. Die Streiks konzentrierten sich auf die Industriezentren. Bauern und das Bürgertum oder auch Intellektuelle hielten sich eigentlich weitgehend heraus. Welchen Einfluss hat der Westen auf die Ereignisse genommen? Nach dem Tod von Stalin im März 1953 verzeichneten die Börsen in der BRD plötzlich eine große Nachfrage nach Aktien von in der DDR verstaatlichten Betriebe wie AEG oder Siemens. Am 16. Juni, also einen Tag vor den großen Protesten, traf dann der Leiter vom US-Geheimdienst Ellen Dulles in Berlin ein. Und einen Tag später, also am 17. Juni, fuhren tatsächlich Panzer an der westdeutschen Grenze in Hessen und Bayern zur DDR auf. Der RIAS, das ist der Rundfunk im amerikanischen Sektor, also ein bewusst vom Westen betriebener Radiosender, der auch in den Osten rein strahlte, der berichtete über die Protestaktionen und strahlte damit und machte das damit in der ganzen DDR auch bekannt. Und was sagst du dazu, dass heute von der bürgerlichen Geschichtsschreibung behauptet wird, dass sich die Proteste eingeblich gegen den Sozialismus gerichtet hätten? Also Fakt ist, dass bei den Protesten überall die Bilder von Karl Marx unangetastet blieben. Es wurden auch nirgendwo Forderungen aufgestellt nach Rückgabe der Fabriken oder des Landes an die Kapitalisten oder Großbritannbesitzer. Der Westen organisierte dann bewusst Provokateure, die sich in die Proteste einmischten. Und dann kam es zu Plünderungen, Brandstiftungen oder sogar auch zu Fällen von Lünchmorden. Zum Beispiel wurde in meiner ehemaligen Heimatstadt Halle-Saale die dort inhaftierte ehemalige Leiterin vom KZ Ravensbrück, Erna Dorn, befreit. Wie ging die SED mit den Protesten um? Die Vermischung des vollkommen gerechtfertigten Protests der Arbeiter mit kontrrevolutionären Einwirkungen aus dem Westen, da erwies sich die SED-Führung als dem Problem irgendwie nicht gewachsen und ließ dann sowjetische Panzer auffahren. Um die Bewertung der Vorgänge entbrannte dann im Anschluss eine heftige Auseinandersetzung in der SED. Am 21. Juni zum Beispiel stellte das ZK der SED noch fest, wenn die Massen von Arbeitern die Partei nicht verstehen, dann ist die Partei schuld, nicht der Arbeiter. Gleichzeitig hatte jedoch Otto Grote wohl in einer öffentlichen Bekanntmachung der Regierung der DDR einseitig von Provokationen und faschistischen Agenten ausländischer Mächte gesprochen. Auf der 15. Tagung des ZK der SED Ende Juli 1953 gab es da durchaus noch eine selbstkritische Diskussion und es wurden auch Fehler und Überspitzungen hingewiesen, was den Beschluss zum Aufbau des Sozialismus angeht. Und bestimmte administrative Methoden wurden kritisiert und eine mangelnde geduldige Aufklärungsarbeit. Aber auf dem vierten Parteitag der SED im April 1954 hatte sich dann Walter Ulbricht soweit durchgesetzt, dass er ohne jede Selbstkritik vom 17. Juni als faschistischen Putsch sprach. Hätte diese Situation verhindert werden können? Mit der gerade beschriebenen Ausrichtung der SED hat die SED keinerlei Lehren und Schlussfolgerungen auch aus den Erfahrungen der Sowjetunion gezogen. Willi Dickhut hat dazu schon 1979 übrigens Folgendes ausgewertet. Ich will an dieser Stelle auch an das Buch von Willi Dickhut hinweisen, die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion. Obwohl Stalin ein Klassiker des Marxismus-Leninismus ist, hat er einen entschiedenen Fehler gemacht. Er hat entgegen der Auffassung Lenins und auch im Gegensatz zu dem, was er selber zum Ausdruck gebracht hatte, nämlich die Massen zum Kampf gegen die Bürokratie zu mobilisieren, darauf verzichtet und stattdessen den Staatssicherheitsdienst gegen die Bürokratie eingesetzt, was auch zum Teil notwendig war. Dieser Apparat war aber selber verbürokratisiert. Es gibt nur ein Mittel zur Lösung des Problems der Bürokratie, dass die Massen zum Kampf gegen die Bürokratie mobilisiert werden. Ja, soweit Willi Dickhut. Und tatsächlich erhob sich dann mit dem 20. Parteitag der KPDSU 1956 eine kleine Schicht entarteter Bürokraten zur neuen herrschenden Klasse, verriet damit den Sozialismus und errichtete einen bürokratischen Kapitalismus neuen Typs, in der nicht mehr die Arbeiterklasse die Macht hatte, sondern eine Bourgeoisie neuen Typs mit dem Parteibuch in der Tasche. Im Programm der MLPD haben wir dazu Folgendes ausgeführt. Das möchte ich auch kurz verlesen. Die revisionistische Führung der KPDSU zwang mit Hilfe ihrer Handlanger in den anderen kommunistischen Parteien, die DDR und die meisten Länder des ehemaligen sozialistischen Lagers, auf den kapitalistischen Weg und brachte sie durch die kapitalistische Umwandlung des RGW, also des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe, und des Verteidigungsbündnisses Warschauer Pakt in neokoloniale Abhängigkeit der Sowjetunion. Die neue Bourgeoisie in der DDR bezeichnete ihr Herrschaftssystem zur Täuschung der Volksmassen als Arbeiter- und Bauernstaat und propagierte es als real existierenden Sozialismus. Die revisionistische SED stellte sich formal als marxistisch-leninistische Partei der Arbeiterklasse dar und drängte den Volksmassen eine pseudomarxistisch-leninistische Ideologie auf, verbunden mit einigen sozialen Verbesserungen. Sie missbrauchte den ehrlichen Einsatz vieler Menschen, die sich selbstlos für den sozialistischen Aufbau einsetzen wollten, zur Täuschung über den bürokratisch-kapitalistischen Charakter der DDR. Jeder Ansatz einer demokratischen oder gar marxistisch-leninistischen Organisation wurde unnachsichtig vom Staatssicherheitsdienst verfolgt. Es wurde eine Entmündigung und bürokratische Gängelung betrieben, ein Klima der Angst vor Bespitzelung und Denunziation erzeugt. Soweit aus unserem Parteiprogramm. Welche grundsätzlichen Lehren hat die MLPD aus dieser Entwicklung gezogen? Wir haben daraus den Schluss gezogen, dass ein ganzes System der Selbstkontrolle eine solche Entwicklung verhindern muss. Zum Beispiel in die Leitung, egal welcher Ebene, darf nur gewählt werden, wer die Zustimmung seiner Ortsgruppe besitzt. Die zuständige Grundeinheit ist zur Überprüfung der praktischen Tätigkeit und des persönlichen Verhaltens besonders verantwortlich und berichtet darüber in halbjährlichem Abstand auch an die zentrale Kontrollkommission. Auf zentraler Ebene werden unabhängige Kontrollkommissionen gewählt, die allein dem jeweiligen Delegiertentag gegenüber verantwortlich sind und die die umfassende Kontrolle der Leitungstätigkeit ausüben. Die Wachsamkeit und alles dazu notwendig, also das notwendige ideologisch-politische Niveau der Mitglieder durch die schöpferische Aneignung des Marxismus-Leninismus und wiederholte Durchführung von Kritik, Selbstkritik, Kampagnen, das wird alles gefördert. Und die Aufmerksamkeit der Marxisten-Leninisten wird darauf gelenkt, dass die größte Gefahr für den Bestand des Sozialismus in der Umwandlung der Bürokratie zu einer herrschenden Klasse besteht und deswegen die Methode der proletarischen Kulturrevolution die höchste Form des Klassenkampfs im Sozialismus darstellt. Die MLPD organisiert aktuell eine Kampagne, um dem Sozialismus zu neuen Ansehen zu verhelfen. Welche Rolle spielt dabei dieser Jahrestag? Ja, wir meinen, dass die Zeit reif ist für einen neuen Anlauf vom Sozialismus. Auch damit die Existenzkrise, in die der Kapitalismus die Menschheit geritten hat, abzuwenden. Um solche Jahrestage findet in der Regel immer ein breiter, intensiver, weltanschaulicher Kampf statt. Zum Beispiel organisiert die AfD in Gera am 17. Juni eine antikommunistische Gedenkveranstaltung. Aber das zeigt nur einmal mehr, dass sie nicht an der Seite der arbeitenden Menschen steht, weil sie feiert nicht die Anliegen der Arbeiter damals, sondern den antikommunistischen Missbrauch der Proteste. Die Landesregierung in Thüringen hat eigens einen Beauftragten zur sogenannten Aufarbeitung des Unrechts der SED-Diktatur eingesetzt. Und hat auch in ihrem Koalitionsvertrag, an dem ja auch wohlgemerkt die Linkspartei beteiligt ist, die DDR pauschal als Unrechtsstaat bezeichnet. Sowas lehnt die MLPD ab. Wir unterscheiden zwischen den hoffnungsvollen, antifaschistisch-demokratischen Aufbaujahren der DDR und all ihren Errungenschaften, die wir auch bis heute gegen antikommunistische Gleichmacherei verteidigen. Und zwischen dem Verrat am Sozialismus ab Mitte der 50er Jahre. Für die Arbeiterklasse und die breiten Massen gibt es keine Alternative zum Sozialismus. Erst im Sozialismus wird die Schöpferkraft jedes Individuums zur vollen Entfaltung gebracht und werden die Völker friedlich zum gegenseitigen Nutzen zusammenleben. Und erst da besteht die Möglichkeit, die Einheit von Mensch und Natur wiederherzustellen. Beim nächsten Anlauf vom Sozialismus dürfen wir aber nicht die gleichen Fehler machen wie einige unserer Vorgänger. Auch deshalb haben wir ein sehr großes Interesse daran, solche Jahrestage differenziert zu betrachten, um daraus die Lehren für die Zukunft zu ziehen. Wir laden auch jeden herzlich ein, sich mit unserer Literatur zum Thema zu beschäftigen. Und wir freuen uns auf die Auseinandersetzung. Vielen Dank, Tassil und Tim. Das war sehr interessant. Eure Meinungen könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Diskutiert mit uns. Bis zum nächsten Mal bei Rote Fahne History. Wir sehen uns auf der nächsten Mal bei Rote Fahne hier. Vielen Dank.